In einem neuen Video, wir spielen heute Fortnite mit Josef und seinem Freund. Und Leute, lasst ein Like, dein kussloser Abo, drückt die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ey, diese Reihe gehört hier mir, okay? Also wenn ihr auf einmal versucht, puh, das gehört mir. Mit heilen oder ohne? Merke ich mir. Wo hatte ich mir die Greifer angenommen? Warum habe ich zwei Blacks Cards? Ey, wo ist die neue Pamplan? Hast du die nicht? Hab ich die gerade übersehen? Ah, da. Dings, Dings. Du kannst doch mit RPG machen, ne, mir ist egal, mit was du machst. Vergessen. Ich bin nicht ährenlos. Ah, Bruder. Oh, es war so lustig, weil ich die ganze Wände gebaut habe und du durch Dings zu gehen, Dings. Weißt du noch? Oh, ich hab 900.000 geschafft. Oh, jetzt hab ich 400.000.000. Also ich bin hier, ich seh leider nur Josefs Name. Oh, du hast dieses Pita, ey. Wo bist du noch? Ja, und du hast dieses Pita, Alter, was kann ich dafür? Hast du Ehre genommen? Äh, ich glaub, das hat einen Grund. Hahaha. Kennst du das? Oh, ich glaub, das hat einen Grund. Ich hab nur einen gegeben, merkst du nicht. Es gab die normale Skakorreffie sogar selber nicht. Eine Frage, Emija, bist du eigentlich gut im Fortnite? Da hab ich nicht bei dir so eins spielen gesungen. Achso. Ich hab auch nicht bei dir, okay? Ja, und dann spiel ich nicht so eins bei dir, okay? Oh, oh, oh! Oh, oh! Der war so knapp, ne? Oh, oh, oh. Emija hat mich getroffen, ne? Dicker, hä? Ich wollte nur in der Luft, die haben ... entweder 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 leckt es bei mir oder es gibt es ein fehler ja immer wenn ich dann gegen die kämpfe dann mache ich ja nur sniper oder ich habe 2 ich habe das nicht gewollt wir sind hier oh mein Gott, wer ist hier? oh mein Gott, ich habe hier geführt ja noch was habe ich gesagt haben wir dürfen die schule so die beide von mir geht warte mal kurz her ich hole mir eine ak weil ich glaube nur eine waffe hier bei mir connected dortiger da macht es mehr spaß kummer 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 wenn er neben dir ist und man muss einfach nur eine band bauen und dinge so und dann ja schon so viel letztes aber ich glaube das meine ich denke das beste in diesem modus wäre das man jetzt weg hätte Wo willst du hier eine Schatzkarte finden? Direkt am durch die Insel. Ich wollte dich, ich wollte genau am Ende bauen, ich guck so, oh mein Gott ey, das geht komplett falsch. Warte, Josef, komm, oh, oh, ich hab nur für eine Seite 11.000 Dings-Boomster, was denn? Was, was, was mit mir passiert ist? Was denn? Ach, schade. Hallo? Ja, ein. Oh, es geht weiter, es geht weiter. Oh, schade. Ah, Bruder, lebt mich. Der Arme, ja, wir gehen weiter auf ihn. Ah, Bruder, was für die Arme. Ich mach nur bei dir mit, nur mit Handkanonen. Oh, ha, ha, ha. Ich hab, ich hab selber vergessen, Fallen zu nehmen, Junge. Warte, ich muss auch Fallen nehmen. Hey, das ist wie Spawnschiff. Was, wenn nicht? Ich brauche Fallen. Ich brauche Fallen. Was? Ich brauche. Abonniert. Josef. Und nicht was. Junge, was für eine Kill, Digger. Was war's für ein Kill? Das war so ein Glück, ne? Man, ich kann wegen dieses Peter gar nicht umgehen. Oh, schade. Nö. Ich hab grad nur gewonnen, wegen dieses scheiß Peter. Oh, schade. Nö. Ich hab grad nur gewonnen, wegen dieses scheiß Peter. Ich würde zur Unfair. Weil er, guck mal, nein, nein nicht, er geht immer wieder, deswegen. Oh. Hey, weißt du noch, weißt du noch? Wir beide sollten gegen Cebu spielen und ich so, ja okay, headshot. Boom, headshot. Ich so, oh, ja. Oh, ja. Mein Vater lässt dich auf! Oh, ja. 10 ap überlebt nein ich will kackt aber er war hier die wir hatten schon gekillt kannst du wirklich nicht bauen es hat sich installiert ja dies hat sich installiert die alles erwartet dass man nach diesen kildern machen aber ich hätte nie gedacht dass ich die stelle eigentlich oder josef das war morgen machen weil es echt zu spät und mein bruder zog sowieso gleich ja kommst du kommst du morgen noch kommst du morgen noch um nein das habe ich auch hier heruntergeladen also ja also jetzt kann ich wieder da jetzt reingehen ey was du bist du morgen noch online bist du morgen noch online wie du dich selber geknallt aber dann gibt ihn sauber Auf dem Tisch liegen, Jointiers. Oh mein Gott, ich habe einen Gegner. Er hat mir den 220er gegeben. Hast du schon mal sowas aufzuhören? Ja, kämpf nicht hier, lass mal woanders. Oh mein, tschüss, Junge. Ey, Jusuf, geh mal woanders, lass mich hier kämpfen, weil... Dings, ja, hier ist zu viel. Ich habe 14. 14 habe ich. So, ich sag, lass mich hier kämpfen, guck mal, er baut immer noch hier. Warte, komm, komm, lass hier weitergehen. Lass weitergehen. Auf zum Kanone. OT relacionatisch! Tief! Warte! Tief! Schnell, wenn du den Ball umschläuten kannst! Tief! 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 Junge! 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 Ich wollte gerade schießen. Ich sehe so die Rakete. Ich sag so in meinen Gedanken. Oh shit! Nein, guck mal. Du verstehst mich nicht. guck mal guck mal ich würde gerade auf ihn schießen danach denkt ich sehe dass diese rakete sie kommt so richtig schlacht und schützt ich bin schon tot die geschaft mit die handkanone kann die ba du hast du mir passiert das ist wie der das guck mal du hast du hinter mir nicht mehr so um ich baue da ich baue da eine wand wo ich damit eine trommelwürfel hat jetzt wieder zu sehen was hat meine lmg lmg warte ich will warte warte ich will mir die junge schule singt ja schon unbedingt ja aber der jungs aus dem weg gemacht aber hallo